Zur Kräftigung der Armmuskulatur ist der Liegestütz an einer Wand eine geeignete Übung. Stellen Sie sich in einen kleinen Abstand mit dem Gesicht zu einer Wand. Die Beine stehen hüftbreit auseinander. Legen Sie beide Handflächen in Schulterhöhe und schulterbreit an die Wand. Beugen Sie beide Arme gleichmäßig so, dass die Ellenbogen sich dem Körper annähern und stützen Sie sich wieder von der Wand weg, indem Sie die Arme strecken. Achten Sie dabei auf eine aufrechte Körperhaltung. Durch die Veränderung des Abstands zur Wand können Sie die Intensität anpassen.